... in einem Ausbruch besuchen oder versuchen, sich hinter anderem zu verstecken zu können. Er hat sich als Personalbeweis die Aussage des Polizisten vor Gericht verwerbt war und ich bin mir sicher, dass er sich nicht verletzt hat. Wer gerne schnell mit dem Auto fährt, der kann zum Beispiel auf dem Nürburgring abseits des normalen Verkehrs seinen Briefgrund bringen. Viele Leute, die Autofahrer tun das, wie die Frau auf dem folgenden Beitrag, nur leider nicht aus dem Nürburgring, sondern aus einer normalen Bundesstraße. Zu viel steht auf dem Spiel, als dass man Laserei als Kavaliersbeweg nachdenken könnte. Übrigens, die Frau ist regelmäßige Zuschauerin dieser Sendung und jetzt selbst auch Darstellerin. Drehort ist am 20. Juli 2010, die B49 zwischen Wunderbauern und uns. Diesem Fahrzeug schenken die Beamten Axel und Werner ihre besondere Aufmerksamkeit, denn hier gilt maximal 100 kmh. Die Schwindigkeit bei uns auf die Eifel, wo ich bei uns am Setzelt entstanden habe. Und das wird jetzt präzise nachgekündigt. Hier ist die erste Zwischenmessung bei den ganzen Jungen reinget. Und auch die Kontrollmessung ist nicht günstiger für den Schnellen BKW-Aussehen. So sind die Schwindigkeit bei uns auf die Eifel und unterhalten. Dabei ist die Kritikalbegrenzung kaum zu überlegen. Wir werden Ihnen also nicht genau auf der Anhalte. Es kommt zur ersten Grundlageaufnahme der Anzeichen und elektronischer Befügung. Die Strategie der Polizei ist die eigene Fahrphase per Wien. Um die Eifel betrachten zu können, lässt viele Verkehrsflöger einzig werden. Ich spiele mal davon aus, dass sie fast täglich in die Schiffe fährt. Und auch sich durchaus bewusst war, dass sie die Schiffe schon zu schnell fahren. Jetzt ist es kurz ¿Rideos? Aus der bene Stufe fährt. Oder stein fruitionisch. Das wird einmal von 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 1 a 1.